Donald Trump, 76, ist immer für einen Skandal gut. Um den ehemaligen US-Präsidenten wurde es zunächst nach Ende seiner Amtszeit etwas ruhiger. Doch zuletzt erregte er nach dem Tod seiner Ex-Frau Ivana Trump, 73, wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Es wurde unter anderem vermutet, dass die Lage ihres Grabes auf seinem Golfplatz möglicherweise steuerliche Gründe haben könnte. Jetzt steht der Unternehmer erneut im Zentrum von rechtlichen Vorwürfen, gegen Donald wurde eine Zivilklage erhoben. Wie tagesschau.de berichtet, habe die US-Staatsanwaltschaft eine Zivilklage gegen Donald eingereicht. Der Grund dafür soll Betrug gewesen sein. Neben dem ehemaligen Politiker geht die Klage auch gegen seine Kinder Donald Trump Jr., 4. und wieder auf den Knochen von rechtlichen Vorwürfen. Die Knochen der Knochen der Knochen der Knochen-Nakon und Stimmen der Knochen in der Knochen-Fügel. Die Knochen der Knochen der Knochen-Türmer ist u ongelistet. Vielen Dank.